jo leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal heute will ich euch mal mitnehmen durch so einen kleinen aber feinen bikepack hier wie schon sehen könnte im hintergrund ja jetzt nehme ich euch mal mit wir fangen jetzt mal hier oben an hier seht ihr so einen kleinen drauf das ist eigentlich ganz nice also macht man bock dann ein bisschen speed wenn man da fährt und dann gehen wir mal zu runter hier hat man jetzt so eine kleine anfahr eigentlich ganz nice da hat man hier der erste sprung also da kann man so fix irgendwo so one hand oder no hand was auch immer man kann eigentlich ganz geil und dann kann man hier diesen sprung auch in die landung kombinieren also das macht wirklich bock da kann man dann machen wie man möchte hier hat man dann zwei reise anlieger wenn man da so wieder hochfahren möchte und dann kommen wir hier gleich weiter zu ein paar bubbles die machen richtig bock eigentlich jetzt nicht so für tricks und so aber so für anfänger ist es eigentlich richtig nice und dann können wir mal kurz weiter gehen hier seht ihr jetzt nochmal ein paar sprünge so als groben überblick sieht man jetzt nicht so toll auf dem video da ist auch noch einer kann ich ranzoom nein kann ich nicht so schlimm ja die machen eigentlich richtig bock da vorne ist noch einer und das ist jetzt so erstmal der grobe überblick vom ganzen park und dann Bis zum nächsten Mal. So Leute, das war es mit dem Video. Ich habe es heute euch gefallen und ihr könnt den ja gerne mal selber auschecken, den Park hier. Ist echt spaßig. Und jetzt könnt ihr gerne noch liken und abonnieren, das ist noch nicht geschehen.